Heute bauen wir eine interaktive Weltkarte. Los geht's! Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Heute geht es mal ein bisschen mehr in die grafische Richtung und danach werden wir trotzdem programmieren. Und zwar werden wir als erstes eine Weltkarte bauen, weil wenn wir eine interaktive Weltkarte gestalten wollen, müssen wir sie erstmal bauen. Und das Ganze ist ziemlich simpel. Wir nutzen dafür Adobe Illustrator. Ihr könnt natürlich aber die Technik, die ich euch zeigen werde, mit ziemlich jedem anderen Vektorprogramm machen. Was heißt, ihr könnt das auch mit Definity Designer oder auch einigen kostenlosen Versionen machen. Das Ganze ist nicht wirklich schwer und ich werde es nur kurz erklären und nicht komplett durchprozessieren. Was heißt, dieses Video ist wirklich mehr Richtung Entwicklung. Wenn wir das gemacht haben, werden wir im Anschluss das Ganze mit dem JavaScript interaktiv gestaltbar machen. Was heißt, wir werden so drei kleine Buttons haben. Wer wir draufdrücken, wird ein Punkt auf der Weltkarte aufleuchten. Und ich werde erklären, wie ihr beispielsweise verschiedene Punkte aufleuchten lassen könnt, beziehungsweise wie man das alles ein bisschen dynamisch gestalten kann. Das ist nicht wirklich schwer und wir legen damit direkt los. Falls ihr trotzdem Fragen oder Probleme habt, unten in der Videobeschreibung. Und ganz oben ist der Link zu Discord, da könnt ihr der Community join Hallo sagen, Fragen zu diesem Video oder zu anderen Themen stellen oder einfach mal eine Runde mit Leuten quatschen, die dieselben Interessen haben wie ihr. Ansonsten legen wir direkt los. Viel Spaß und auf geht's. So, das ist das, was wir heute bauen werden. Und zwar haben wir hier unten drei Buttons. Hier auf der Karte sind Städte markiert in unserem Fall. Wenn ich jetzt hier beispielsweise auf London drücke, leuchtet der Punkt von London weiß auf. Wenn ich auf Tokio drücke, ist es Tokio. Wenn ich auf New York drücke, ist es New York. Und wir können die auch alle wieder deaktivieren. Und dann sind sie alle wieder, oh Tokio habe ich vergessen, sind sie alle wieder nicht mehr sichtbar. Das Ganze ist nicht wirklich schwer. Kann man ziemlich leicht nachmachen und für seine Bedürfnisse anpassen. Was heißt, es muss keine Weltkarte sein, es kann auch irgendeine andere Karte sein. Und es geht einfach darum, ein bisschen interaktiv zu gestalten, wie ihr mit JavaScript auf SVG-Grafiken zugreifen könnt, um das Ganze für eure Bedürfnisse halt einfach anzupassen. Damit legen wir jetzt direkt los. Viel Spaß. So, los geht's mit dem ersten Teil dieses YouTube-Tutorials, und zwar dem Erzeugen unserer SVG-Grafik. Ich habe hier Adobe Illustrator geöffnet, habe hier auch schon eine Weltkarte hineingezogen. Mein Dokument hat zwei Ebenen, einmal Ebene 1, das ist unsere Weltkarte, die habe ich ein bisschen transparent gemacht und mit diesem Schloss gesperrt. Ob euer Programm das auch kann, weiß ich leider nicht. Bei Affiliate Designer müsste das auch so ein kleines Schloss daneben sein. Ansonsten habe ich hier eine zweite Gruppe, die heißt Dots, die wählen wir jetzt mal aus. Außerdem gehen wir über Ansicht, Raster einblenden, und über Ansicht, am Raster ausrichten, erzeugen uns diese Gitterlinien. Auch hier muss ich sagen, nicht jedes Programm, vor allem die freien Programme, können das. Es ist natürlich praktischer, wenn das der Fall ist. Ihr braucht es aber nicht, um das zu machen, was wir jetzt vorhaben. Und zwar erstellen wir jetzt hier mit der Umschalt-Taste, wenn wir die gedrückt halten, so einen perfekten Kreis, wählen wieder unser Auswahlwerkzeug aus, kopieren uns diesen Kreis und wählen hier als erstes ein bisschen Transparenz. Das hat einen Grund, den ich gleich erklären werde. Und zwar, wenn wir jetzt STRG-C und STRG-B drücken, das gilt nur für Illustrator, können wir den Punkt jetzt bewegen. Wir können das jetzt die ganze Zeit machen, und da wir die transparent gemacht haben, vergessen wir nicht, wenn später zwei Punkte übereinander liegen, weil wir dann das direkt in der farblichen Veränderung sehen. Mir ist bewusst, dass Illustrator beispielsweise so Patterns kann, dass wir das zum Beispiel einfach endlos nach links wiederholen lassen können. Da ich aber nicht ein Illustrator-Tutorial mache, sondern das möglichst flexibel für alle zeigen will, zeige ich euch jetzt, wie man das egal mit welchem Programm machen kann und egal welche Funktionalitäten euer Programm mitbringt. Und zwar kopieren wir uns jetzt einfach dieses Pattern so oft, wie wir wollen. Und jedes Mal, wenn wir das machen, oh, hier ist irgendwas verrutscht, die hier sitzen nicht richtig, kopieren wir uns das und erzeugen uns so quasi jetzt einfach hier ein Pattern, ups, einfügen und schieben das hier rüber und gehen jedes Mal so weiter. Also wir wiederholen quasi diesen Kopiervorgang, bis unser gesamtes Dokument voller Punkte ist. und in dem Moment, wenn das der Fall ist, ich zeige das gleich mal kurz, zack, und das schiebe ich jetzt, na, das wollte ich nicht, einfügen. Strang C, Strang B, so. Schieben wir das nach unten. Und umso mehr ihr dann später habt, umso besser ist es. Was heißt, wenn wir jetzt wie hier beispielsweise, wir haben jetzt einen großen Batzen fertig und ihr habt das ganze Dokument so angepasst, dann können wir alle markieren und wählen hier Transparenz noch ein bisschen weiter runter. Und jetzt seht ihr hier schon, hier ist mehr und das löschen wir jetzt einfach raus. Was heißt, ihr markiert die Punkte und löscht die so, ups, das war zu viel, löscht die so raus, dass später dabei eine Weltkarte rauskommt. Das muss nicht 100% sein, das muss nur, in Klammern, eurem Zweck entsprechen. Das ist der erste Weg, diese Grafik zu erzeugen, sodass man das relativ schnell, die hier oben können auch noch alle weg, der kommt noch weg, der kommt noch weg. Ihr seht schon, das ist einfach ein bisschen Fleißarbeit, aber nichts, was wirklich schwer ist. Am Ende kommt dann so etwas hier raus. Diese Karte habe ich nicht selbst gemacht, die kommt von Wikipedia. Da könnt ihr die natürlich auch herziehen. Auch funktioniert das mit jeder anderen Designart von Karte. Also wenn ihr das hier habt, funktioniert das eigentlich ziemlich gut. Und das, was wir jetzt machen wollen, wir wollen New York, London und Tokio auf dieser Karte später per Button highlighten. Und dafür müssen wir natürlich wissen, welche Punkte das sind. Und ihr seht hier an der Seite schon, das ist alles so sehr kryptisch. Wenn wir jetzt rein scrollen und London auswählen, also hier ungefähr liegt das ja, oder der daneben, muss man mal entscheiden, dann, oder ich habe sogar den daneben ausgewählt, zack, ja, das ist London. Was heißt, ihr müsst die benennen. Das ist ganz wichtig, dass wir die später wiederfinden und dass wir die auch ansprechen können. Was heißt, Adobe Illustrator beispielsweise, wenn man das Ganze für Web exportiert, wird hier London hinterlegen. Und das werden wir jetzt einmal machen. Und zwar gehen wir über Datei und dann Exportieren für Bildschirme exportieren oder Exportieren als. Und wenn wir das hier auswählen, können wir jetzt sagen World Map. Wir wollen das Ganze exportieren. Ja, wir wollen das ersetzen. Und jetzt kriegen wir dieses Fenster, wo wir sagen können, wir wollen das minifizieren. Das wollen wir nicht unbedingt. Was wir aber machen wollen, wir wollen uns den Code anzeigen lassen. Und jetzt öffnet sich, in meinem Fall einfach, ein normaler Windows Editor, wo wir das angucken können. Hier mit STRG-F können wir jetzt London suchen und sehen hier, dass unser Pass hier unten London bekommen hat als ID. Und darüber können wir das später ansprechen. Was heißt, alle haben diese komischen kryptischen Klassen, über die halt beispielsweise Farben vergeben werden. Aber nur, wenn ihr die benennt oder der Name wird später quasi der ID. Ihr müsst überlegen oder ihr müsst euch eure Quelldatei angucken, eures Designeditors mit der Wahl quasi, ob die das auch per ID machen oder ob die irgendwie anders eine Klasse hinzuschreiben oder sowas, sodass ihr einfach nur in eurer SVG-Datei, die ihr erstellt, später irgendwo identifizieren könnt, welcher Punkt zu welchem Datensatz gehört, das ihr zeigen wollt. So, los geht's mit unserem eigentlichen Programmiert-Tutorial. Und zwar habe ich hier eine Index-HTML, eine Main.js und eine Main.sas-Datei. Diese beiden Dateien sind noch leer. Und in der Index habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Einmal habe ich einen Div-Container mit der Klasse Buttons erstellt. Hier werden später per JavaScript unsere drei Buttons für unsere drei Städte hinterlegt. Und hier habe ich einfach nur den Quelltext unseres SVG-Bildes quasi hinterlegt und das Ganze zusammengeklappt. Ihr seht das hier schon, das sind fast 5000 Zeilen. Das hier kann man natürlich noch ein bisschen schöner machen, später und minifizieren und solche Geschichten. Wichtig ist, wenn ihr jetzt hier reingeht und zum Beispiel ich Tokio suche, dass ihr jedes Element, das ihr ansprechen wollt, einmal mit einer ID ausstattet und einmal mit einer Datenname, was heißt Dataset und dann bei uns Name. Das heißt, auch wenn ich jetzt hier beispielsweise London suche, hat das ein Data Name. Und auch wenn ich New York hier suche, seht ihr auch, hier haben wir eine ID mit dem Unterstrich und hier den Namen, das ist einfach nur New York. Das ist wichtig, dass wir die später ansprechen können, weil so können wir in JavaScript unendlich viele herstellen und ihr müsst einfach nur quasi das SVG-Element verändern, um die Buttons oder die Auswahlmöglichkeiten anzupassen. Das heißt, das SVG bestimmt quasi die Interaktion und nicht andersrum. Das kann man natürlich gestalten, wie man Lust hat. In meinem Fall finde ich es so eigentlich gar nicht schlecht. Das erste, was wir jetzt machen, ist ein bisschen SVG-Styling und zwar sagen wir SVG. Hier sagen wir einfach eine Weite, nämlich 100%. Außerdem sagen wir March. Das heißt, der Außenabstand von 4RM speichern das Ganze ab und jetzt sehen wir hier auch unsere Weltkarte. Das nächste ist, wir sprechen in unserem SVG-Element unsere Path-Elemente an, sagen hier, wenn unser Path-Element die Klasse Show bekommt, dann wollen wir das CSS-HT-Boot Fill mit White ausstatten. Und das hat einen folgenden Effekt und zwar jedes dieser Path-Elemente, wie ihr seht, hier eine Klasse mit CLS-1 und wenn ich ganz nach oben scrolle, hier haben wir einen kleinen Style-Bereich und hier kriegt jede Klasse mit der, also jede Klasse mit CLS-1 Fill und diesen Orangeton und wir wollen quasi sagen, wenn einer dieser Punkte jetzt die Klasse Show bekommt, dann wollen wir das Ganze auf Weiß färben und das sagt im Prinzip dieser Effekt und diese Klasse werden wir später mit JavaScript toggeln. Das nächste, was wir machen, ist, wir brauchen eine weitere Klasse und zwar Buttons und hier müssen wir jetzt einiges hinterlegen. und zwar als erstes wollen wir, dass diese Buttons hier unten generiert werden, das heißt, wir sagen Font Size 2 Rem. Das nächste, was wir machen, ist Position Absolute, sagen hier unten Bottom 5 Rem, Left 5 Rem, das heißt, der Abstand von unten und links ist jeweils 5 Rem. Dann sagen wir Z-Index, das heißt, wir wollen, dass das Ganze immer sichtbar ist, sagen wir einfach mal 5, sagen Display Flex und sagen hier Flex Direction Column, was heißt, wir wollen die alle untereinander haben. Das Ganze speichern wir jetzt ab und sagen hier, okay, in unserer Button Liste sollen unsere Buttons auch gestaltet werden. In unserem Fall sagen wir 0 nach oben, also auch wieder Außenabstand mit Margin, 0 nach rechts, dann 0.5 nach unten und 0 nach links. Das nächste ist, wir sagen wieder Padding, also Innenabstand, 1 Rem, können jetzt hier quasi lieber die Font Size reinschieben, wenn ich so überlege, macht das ein bisschen mehr Sinn. So, und das nächste, was wir machen, Border minus Radius, 1 Rem, das heißt einfach die Krümmung der Border unseres Buttons, die wir gleich erstellen werden. Dann sagen wir Background Color, in unserem Fall sage ich Weiß und Border an sich wollen wir None, das heißt, wir wollen keine und wir wollen Cursor, Cursor, Doppelpunkt, Pointer. Das nächste, ist das richtig, das ist glaube ich falsch geschrieben, so ist es richtig geschrieben, ja. So, das nächste, was wir machen ist, und wenn auf unseren Button gefokust wird, dann sagen wir Outline None. Das Ganze speichern wir ab, mehr CSS brauchen wir nicht und jetzt können wir uns auf das spannendere JavaScript stürzen. Da sagen wir jetzt erstes eine Variable namens Buttons und da sagen wir einfach Document und dann Query Selector und hier einfach nur Buttons, was heißt, damit können wir uns unsere Buttonliste auswählen und das nächste, was wir brauchen ist, wir müssen uns erst mal alle Städte raussuchen, die wir überhaupt darstellen können. In unserem Fall sagen wir Array, From und sagen auch hier wieder Document.query Selector All. Allerdings haben wir hier jetzt eine Liste von Elementen, in unserem Fall von CLS-1, das heißt von jedem einzelnen Pass. Ihr müsst bei euch gucken, was das für eine Klasse bei euch sein kann. Das müsst ihr davon abhängig machen, wie ihr jeden einzelnen dieser Punkte selektieren könnt. In unserem Fall würde es jetzt auch funktionieren, würden wir hier beispielsweise einfach nur Pass reinschreiben, weil wir dann das HTML beziehungsweise SVG Element selektieren würden. Ich finde es mit Klassen immer angenehmer. Ich würde euch daher auch empfehlen, eine Klasse zu nutzen und das nächste, was wir machen ist, wir sagen Punkt Filter, das heißt wir nutzen den Verkettungsoperator und sagen, wenn unsere City gefiltert wird, wollen wir gucken, ob das eine City ist, die wir brauchen. Deswegen rufen wir eine Funktion auf namens isCity. Diese liefert uns später einen True- oder False-Wert zurück, um der Filterfunktion zu sagen, hey, diese Stadt ist korrekt, die wollen wir in unseren Array aufnehmen oder diese Stadt ist nicht korrekt, dabei handelt es sich nicht um eine Stadt und deswegen brauchen wir die nicht. Um diese Funktion natürlich aufzurufen, müssen wir sie auch zu definieren, was heißt wir sagen, Function isCity und erwarten hier eine City, einfach ein Attribut und was wir jetzt hier, beziehungsweise an der Property und was wir jetzt hier machen können, ist zu sagen, return und dann City.dataset.name. Was heißt, dieser Wert ist True, was heißt diese Aussage ist True, wenn das City-Element, was wir übergeben, was wir gerade kontrollieren, quasi True ist oder nicht und wenn das ein Dataset mit dem Namen hat, dann wird das Ganze zu True, wenn nicht, return ist ein False und ist damit nicht korrekt. Was heißt, wenn wir das Ganze jetzt so abspeichern und uns hier unten einfach mal mit Console.log unsere Cities ausgeben lassen, dann sollten wir jetzt hier drei Elemente kriegen, nämlich einmal New York, London und Tokio. Das heißt, das funktioniert ja schon mal ziemlich gut, muss man sagen und jetzt können wir weitermachen. Das nächste, was wir nämlich brauchen ist, wir definieren uns ein Array beziehungsweise Cities.forEach, was heißt, für jede unserer Cities wollen wir diese Schleife durchlaufen und zwar unsere Schleife erstellt als erstes New Button. Dieser Button sagt einfach Document Punkt und dann Create Element und hier einfach ein Button. So, jetzt haben wir einen Button erstellt. Dieser New Button bekommt jetzt Punkt Dataset Punkt ID gleich City Punkt ID, was heißt, wir nehmen von unserer City die ID und setzen das auf unseren Button als ID. Das nächste, was wir hier machen ist New Button Punkt in der HTML und sagen City Punkt Dataset Punkt Name wird unser Text innerhalb unseres Buttons. Hier sagen wir New Button Punkt at Event Listener. Bei einem Klick auf unseren Button soll etwas passieren und zwar soll einfach nur Show City ausgelöst werden, die Funktion und am Ende müssen wir natürlich noch Buttons was heißt, das Button Element, was wir hier oben definiert haben, soll jetzt quasi Append Child New Button bekommen. Wenn wir das Ganze jetzt machen oder abspeichern, bekommen wir einen Fehler, weil unsere Funktion hier Show City noch nicht definiert ist. Das sollten wir unbedingt noch tun. Das heißt, wir sagen Show City. Show City erwartet ein Event und dieses Event können wir ganz einfach ein bisschen besser selektieren. was heißt, wir sagen Variable Selected City, was heißt die City, die wir ausgewählt haben, sagen jetzt Document Query Selector, nicht All, sondern einfach nur Selector und hier sagen wir, okay, wir wollen jetzt etwas definieren und zwar wollen wir eine Klasse suchen, deswegen das Raute-Zeichen. Hier sagen wir jetzt Dollarzeichen, geschweifte Klammern auf, damit wir hier drin htl. JavaScript schreiben können und in unserem Fall sagen wir jetzt Event.Target.Dataset.ID Was heißt, die ID unseres Buttons, auf den wir geklickt haben, wollen wir jetzt als Selected City abspeichern und hier können wir jetzt einfach sagen Selected City ClassList.Toggle und hier sagen wir einfach nur Show. Das Ganze können wir jetzt mal so abspeichern und rendern lassen und ihr seht hier schon, wir haben jetzt drei Buttons generiert. Diese Buttons beziehen sich halt hier auf den, was hier drin steht, auf das Dataset Name und wenn ich jetzt hier auf New York klicke, seht ihr hier ganz klein wird der weiß, hier wird der bei London weiß, hier auf Tokio, was heißt, das funktioniert und wir können die auch alle wieder ausblenden. Das Ganze findet ihr unten in der Videobeschreibung natürlich auch nochmal in groß auf Coldpan, wie immer, falls ihr das da einfach ausprobieren wollt. Grundsätzlich ist das schon fertig und ihr könnt das für alles anpassen, wo ihr möchtet. Das heißt, ihr könnt so einfach Städte anzeigen, aber auch ganze Länder oder was auch immer ihr mit SVG-Grafiken machen möchtet und könnt so SVG-Grafiken interaktiv gestalten, ohne quasi Großdatenbanken im Hintergrund zu haben oder irgendwas in dieser Richtung. So, das war es wieder für diese Woche. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, dann lasst einen Daumen hoch oder einen Kommentar unter dem Video. Ansonsten, wenn ihr Fragen, Probleme, Kritik oder sowas habt, findet ihr unten jede Menge Social Netzwerke. Ansonsten könnt ihr diese Stellen auch dort unterstützen, indem ihr auf einen der Affiliate-Links klickt. Ansonsten, ja, sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, viel Spaß und ciao. Bis dahin,